Ich bin gut in dem, was ich mache. Ich passe immer auf, weißt du, immer. Saudi. Saudi? Saudi. Wenn du mich fragst, wer zahlt 1000 Euro für eine Nacht? Ich glaube, es geht um die Erfüllung einer Sehnsucht. Also, der Mann an sich sehnt sich nach Sicherheit. Sicherheit? Wie bei so einer Mutter. Ich glaube, die Männer, die zu mir kommen, denen gebe ich das Gefühl, dass sie richtig sind, dass sie sicher sind. Wie bei meiner Mama im Schoß. Nur halt mit Ficken. Aber es ist ja nicht echt. Ich habe mich nie sicher gefühlt bei meiner Mama. Ich habe es richtig gehasst, klein zu sein. Es ist auch irgendwie komisch, weil man sagt ja immer, dass man am glücklichsten ist, wenn man klein ist. Aber ich habe mir, als ich klein war, die Milchzähne ausgeschlagen. Ich bin gelaufen in meinem weißen Kleid und es ist so im Wind geweht. Und dann sah ich aus wie so ein kleiner, wilder Vogel auf einer Vogelhochzeit. Und das war mein Lieblingskleid. Ich bin so stolz auf dieses weiße Kleid. Und dann bin ich gelaufen. Und mein Kleid ist so geschwungen im Wind. Und auf einmal bin ich so zack nach vorne gefallen. Und alle meine Milchzähne sind rausgefallen. Und weißt du, was das wirklich Eklige daran ist? Dass ich, dass ich das heute nicht weiß, ob meine Mutter mich geschubst hat. Also, wahrscheinlich bin ich einfach nur gestolpert. Das war meine Schuld. Deine Schuld? Hm, meine Schuld. Warum? Ja, man schubst doch nicht, was man liebt, oder? Und wer ist denn, wer ist der Junge? Ich war ein Refuge all of my life. Ich habe getan, was ich tun muss. Jetzt habe ich eine zweite Chance. Ich will gut sein. Das ist nicht für dich. Nicht klar. Du willst etwas sein, das du nicht sein kannst. Du willst gut sein in der Welt, der ist böse. Sei nicht dumm. Du hast Potenzial. Es ist nicht leicht, sich dem Teufel zu entziehen, wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat. Noch ein Wort und ich spreche dir den Hals. Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen. Aber Francis ging nicht für wir die Straße entlang. Zieh die scheiß Maske an! Ich meine da nicht lieb. Du tust, was ich für machen. Wir möchten dir jemanden vorstellen. Eine gute Freundin von uns. Weißt du, was mein Geheimnis ist? Ich bin nicht aus Zucker. Ich bin aus Marmor. Liebe. Liebe. Diese Leute, die sind nicht das Richtige für dich. Musst du mir mal vorstellen, ein Engel. Oder du wirst dich ewig vor mir verstecken. Wir sind zwei. Den einen, den ich so sehr liebe. Und einer, der alles kaputt macht. Der liebt mich nicht. Der liebt den tollen. Er wollte gut sein. Polizei! Selber alles! Aber man hat ihn nicht gelassen. Warum hast du mich hier mit reingezogen? Um dir zu zeigen, wer du bist. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht klar. vertically, ich bin nicht wie ich. Ja, ich bin nicht gut.